Sebastian Rudi vom FC Bayern München hat sich scheinbar das Trainingsgelände von RB Leipzig angesehen. Entgegen der jüngsten Beteuerungen von RB-Trainer Ralf Rangnick scheint ein Wechsel von Rudi nach Leipzig möglich zu sein. Wie die Leipziger Volkszeitung berichtet, soll der Nationalspieler vergangenen Freitag in Leipzig gewesen sein, um sich das Vereinsgelände der Sachsen anzusehen. Die Sportbild hatte Anfang August zunächst vom Leipziger Interesse an dem defensiven Mittelfeldspieler und einer ersten Kontaktaufnahme berichtet. Nach dem Abgang von Navy Cater ist Leipzig noch auf der Suche nach einem Neuzugang für das zentrale Mittelfeld. Trainer Ralf Rangnick ordnete einen möglichen Transfer daraufhin als finanziell nicht machbar ein und bezeichnete eine Verpflichtung als wenig wahrscheinlich. Rudi würde wohl bei einem Wechsel rund 20 Millionen Euro kosten. Laut dem Kicker sei ein einjähriges Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption die naheliegendste Variante. Werbung 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 Werbung